Hier sehen wir die große Sauna, das sind bis zu 50 Personen. Hier die Amizontsauna ist riesig groß und hat aber richtig Spaß. Und die Sauna Nacht kostet ca. 26 Euro und die sollten wir vorab schon buchen, weil die ist immer gut ausgebucht, die geht von 20 bis 20 Euro. Wir haben ja Eisschauers zum Abkühlen, haben normale Duschen und hier gleich links noch die Kräuterquelle. Aber es ist ein Abkühlen, das ist ein Abkühlen.